Einen wunderschönen guten Tag, freundliche chinesische Smartphone, ich grüße euch. Wir schauen uns heute im Kurztest, dass YumiDigi beißen an. Einer stark an Street Fighter 2, war der letzte Endboss. Habe ich mal fertig gemacht. Beziehungsweise Street Fighter 2 Turbo, aber kommen wir mal zurück zu YumiDigi. Es handelt sich um ein Outdoor Smartphone. Das kann man bei Ebay kaufen oder Preordern steht dann noch da, aber ich glaube die verschicken das gleich. Und kostet bei Ebay dann aus Deutschland 150 Euro. Als Import kostet es 123,56 Euro und zwar bei Banggood. Muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Bei Banggood kommt noch 2,51 Euro was an Kosten hinzu. Aber man kann halt ein bisschen Geld sparen. Schön, also 125 Euro Import oder 150 Euro direkt aus Deutschland. Und dafür bekommen wir ein Endo 10 Gerät mit einem Mediatek. Ein Helio P60, der ist schon recht vernünftig. Der kommt mit einem Octa-Core Prozessor daher maximal 2 GHz taktet. Und mit einer Mali G72 MP3 Grafikeinheit ausgerüstet ist. 6 GB Arbeitsspeicher. LPDDR4 Dual Channel. 128 GB UFS 2.1 Speicher. Der mit einer MicroSD-Kartearbeiter war es. 628 ist vernünftiger Speicherausbau. So ein Sagen in dem Preisbereich. Und ein P60 ist auch ganz vernünftig. Und dabei ist es ja ein Outdoor Smartphone. Ach, und das Display ist ein Full HD Plus Panel. Natürlich IPS. Und wird von Conny Gorilla Glass geschützt. Unbekannter Klasse. Wenn ich es rausbekomme, dann habe ich es gerade hingeschrieben und ich habe es bereits gelesen. Wir haben eine Pixeldichte von 409 ppi. Das ist absolut solide. Und ein Displayverhältnis von 19,5 zu 9. Okay, die Kamera ist eine Vierfachkamera. Eine 48 Megapixel Sony Hauptkamera. Hauptkamera mit Blende 1.79. Eine 16 Megapixel Ultra Wide Kamera. 120 Grad. 5 Megapixel Kamera für die Tiefe. Und nochmal eine 5 Megapixel Kamera Macro. Noch lieber eine Tele gehabt. Aber das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, das jetzt zu erwarten. Die Frontkamera löst mit 24 Megapixel auf. 2 Nuller Blende. Okay. Der Akku 5000 mAh. Wird über USB-C mit maximal 18 Watt geladen. Dual Wi-Fi AC Bluetooth 4.2. Barometer ist verbaut. Und NFC ist mit am Start und ein 3,5 mm Klinkenanschluss. Und Radio. 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 Ist natürlich auch dabei. Da kann man, wenn wir also Outdoor wandern, Radio hören. So, es ist ein Outdoor-Gerät. Also haben wir die IP68 und die IP69K Zertifizierung. Die IP69K ist noch ein bisschen krasser als die IP68 Zertifizierung. Und steht im Großen und Ganzen halt dafür, dass es wasserdicht und staubdicht ist. Wow, es gibt zwei kustomisierbare Tasten. Zwei zusätzliche. Stoßresistent ist das Ganze natürlich auch. Mal schauen, ob wir da noch ein... Ja, da haben wir auch einen Standard. Und zwar Militärstandard 810G des amerikanischen US-Militärs. Und wer jetzt über die Wasserdichtigkeit noch mehr wissen möchte. Bis zu 1,5 Meter für bis zu 30 Minuten. Wer übrigens wissen möchte, wofür diese zusätzlichen Tasten zum Beispiel sinnvoll sind. Man kann damit unter Wasser Fotos machen. Weil unter Wasser funktioniert der Touchscreen schließlich nicht. Und dann kann man die Kamera starten unter Wasser und dann einfach mit der freiwilligbaren Taste knipsen. LTE ist selbstverständlich auch dabei. Und zwar mit Band 20 und außerdem mit einer ganzen Reihe von Bändern. Da sind wir also schön flexibel dabei. Und ja, packen wir das gutes Stück mal aus. Ihr seht, ich habe es mir noch gar nicht angeschaut. Deshalb auch die Machete jetzt hier am Start. Da habe ich irgendwas vergessen. Ich glaube nicht. Ich denke mal, wir haben alles. Dann entsiegeln mir mal die Verpackung. Oh, sehr schön. Ja, welcher Sensor das jetzt genau steht. Nicht da nur Sony 48 Megapixel. Und das gleiche steht auch hier auch eine Conny Gorilla-Glas. Welche Klasse auch nicht? Aber ich denke mal so Klasse 3 wird das sein. Nicht eine aktuelle Klasse. Weil man darf nicht vergessen, das Datenblatt ist für 125 Euro Import. Ist das echt richtig gut? Und dann ist es zusätzlich noch ein Autogerät. Schon beeindruckend. Hier haben wir noch Gebrauchsanweisungen. Hier haben wir ein UMI-Digi-typisches rotes USB-C-Kabel. Und drunter ein Ladegerät. Und es ist auch ein Schnellladengerät. 9 Volt 2 Ampere bzw. 12 Volt 1,5 Ampere. Können wir also mit den vollen 18 Watt dann hier unser UMI-Digi-Bison vollladen. Hat ja auch einen dicken Akku. So, was ist denn das für ein komischer Aufkleber hier? Der ist ja mehrfach geteilt. Ach, die machen es mir echt nicht einfach. Keiner denkt ja an den armen YouTuber, der das hier alles... Oh, ist das verklebt. Schön. Schick gemacht. Hier haben wir noch eine Öse. Da können wir noch so eine Schlaufe drumherum machen. Das hier ist extra eingelassen. Ja, glänzt. Und da steht beißen. Und ich glaube, das ist ein Symbol für einen Stier. Ich habe keine Ahnung. Wie ist die Vierfachkamera? Mit einem sehr breiten LED-Flash. 48 Megapixel AI-Kamera sogar. Sehr schön. Wofür die drei Punkte sind. Das können jetzt Barometer sein. Keine Ahnung. Noch eine Folie. Mit drunter noch eine Schutzfolie. Ja. Mit drunter ist noch eine Schutzfolie. Oder? Ja. Sehr sauber aufgetragen. So gefällt mir das. Und wir haben hier eine sehr breite Haulmuschel. Gefällt mir ebenfalls. Die Kamera ist hier in einer Tropfennutsch. Alles klar. Und unten gibt es nicht viel zu sehen. Ich schalte es schon mal an. Hier haben wir drei Tasten, die sich kaum unterscheiden. Haptisch. Wir müssen uns hier wohl dran gewöhnen. Hier unten eine frei belegbare Taste. Und hier ist die andere frei belegbare Taste. Oh, wir haben einen Fingerabdruckscanner hier im Rahmen. Ist aber nicht gleichzeitig der Power-on-Taster. Das ist wirklich nur ein Fingerabdruckscanner. Hier ist der SIM-Schlitten. Ja, das wird nur der Power-on-Taster sein. Drüber dann zwei getrennte Lautstärketasten. Für lauter und für leiser. Oh, hier kommt Beißen. Klinkanschluss hier noch auf der oberen Seite. Auf der unteren Seite noch der USB-C-Anschluss und das Mikrofon. Und damit hätten wir soweit alles. Es liegt echt gut in der Hand. Das ist nämlich super abgerundet. Die Ecken sind hier nochmal extra verstärkt. Das ist ein, ja, das ist so gummiertes Plastik. Obwohl es fast wie Metall aussieht. Muss ich sagen, hat Human DJ richtig gut gemacht. Ja, wir haben hier einen Metallrahmen. Das ist dann wirklich echt Metall. Hier auch noch üppig verschraubt. Macht insgesamt was her. Hier steht noch Waterproof und Shockproof. Auch so ein paar Elemente. Ja, hier zum Beispiel diese Striche. Rot und schwarz abwechselnd. Und auch die Öse hier ist auch in Rot gehalten. Hier haben wir noch den Lautsprecher. Hat sich Human DJ hier schon Mühe gegeben. Die Kamera hat hier so ähnlich gestartet. Aber wow, das sieht echt richtig gut aus. Dass man hier durch den Sucher sehen kann. Ich frage mich eigentlich, wie ich in die Kamera gekommen bin. Weil das ist ja, hier ist ja eigentlich der Einrichtungsassistent noch. Den ich erstmal fertig machen muss. Und ich habe meine Messleere immer. Hilfe. Das ist ja super laut. Meine Güte. So, was habe ich für ein Gewicht? 2,58 Gramm. Das geht aber für ein Outdoor-Gerät, muss ich sagen. Es geht. Es verteilt sich auch gut in der Hand. Das Gewicht ist auch ein bisschen größer als üblich. Können wir vergleichen mit einem Redmi 8C. Und da sehen wir. Ne, ist eigentlich gleich groß. Ja, okay, nimmt sich jetzt nicht so viel. Aber ist auf jeden Fall ein bisschen dicker. So, ja, NFC ist ja auch dabei. Ja, gerade zu der heutigen Zeit ist das ja ganz praktisch. Wegen kontaktlosem Bezahlen zum Beispiel. Und dann wären wir hier im System. Android 10 hatten wir ja gesagt. Haben wir den AppDrawer? Nein, der ist tatsächlich nicht dabei. Also wurde das System hier ein bisschen kustomisiert. Hier ist der Google Feed. Ist jetzt aber erstmal auch nur ein Schnelltest. Dann gehen wir mal ins Einstellungsmenü. Also offensichtlich wurde hier am System was gemacht. Immerhin ist mein AppDrawer weg. Aber es scheint auch alles zu sein. Ach, hier aber Launcher-Style. Default. Okay, was ist Default? Default heißt, mein AppDrawer ist wieder da. Also habe ich jetzt wirklich wieder Stock Android. Ich meine, es würde ja vielleicht ein bisschen kosmetisch was gemacht. Wir sehen andere Hintergrunds hier eingestellt. Der ist eigentlich wirklich sehr dunkel. Dann haben wir noch irgendwas anderes. Das ist besser. Nehmen wir mal den hier. Der ist ein bisschen bunter. Der ist nicht so deprimierend. Und da sehen wir jetzt auch die Display-Ränder besser. Und wir sehen den Kinn hier oben auch. Eine Stirn. Keine Ahnung. Also wir haben einen dickeren Rand oben, unten. Links und rechts ist es auch sehr schmal. Aber insgesamt muss ich sagen, für ein Outdoor-Gerät ist das Display-Body-Verhältnis wirklich hervorragend. Muss man sagen, wie es ist. Ist doch mal schon besser als beim iPhone 8, oder? Gehen wir nochmal in AppDrawer und schauen, was hier so installiert wurde. An Bloatware sehe ich erstmal nichts. Außer Zello. Faster than Texting. Ja, das ist glaube ich diese Push-to-Talk-App. Weil wir eine zusätzlich frei belegbare Taste haben. Da kann man das Ding wie Wokitalki einrichten. Und wir haben hier noch Toolbox. Toolbox, finde ich, ist jetzt aber keine wirkliche Bloatware. Das sind halt wie Pick-Hanging. Da kann man sich halt ein Bild aufhängen. Und dann kann man das Telefon halt jetzt nutzen, damit es halt gerade wird. Ja, sowas wie eine digitale Wasserwaage. Finde ich nicht verkehrt. Ist einfach eine Sammlung von Tools. Kann man haben. Hier ist das Smart Key. Da können wir jetzt hier Single-Click, Double-Click und Long-Press. Das heißt, einmal klicken, zweimal und lange gedrückt halten. Da können wir drei verschiedene Funktionen da auf die Taste belegen. Und wir haben hier noch eine Taste. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Wenn ich über die frei belegbare Taste in die Kamera wechsle, dann komme ich nicht mehr ins System. Außer natürlich, ich sperre und insperre. Ne, Tatsache. Lange gedrückt halten. Also jetzt das Flashlight ist da jetzt drauf gelegt. Das ist ganz... Oh, seht mal. Das ist auf jeden Fall mindestens zwei LEDs. Scheint ziemlich hell zu sein. Und zweimal war Screenshot und einmal ist Kamera. Super. Das ist mit Absicht. Das ist die Unterwasser-Kamera. Jetzt ist alles gesperrt. Alle Tasten sind gesperrt. Meine Güte. Hätte ich gleich mal ausprobieren können. Das ist Unterwasser-Modus. Ja. Weil es nämlich zu Fehl-Eingaben kommen kann, wenn man halt unter Wasser ist. Und jetzt funktioniert nur diese Taste. Diese frei belegbare Taste ist jetzt die Kamerataste. Seht ihr? Und super nice. Und ich kann jetzt hier nichts touchen. Und um jetzt hier aus dem Modus wieder rauszukommen. Power-On-Taster. Ich muss sagen, hat sich HumanDG. Richtig gut überlegt. Damit ist die Kamera hier für Unterwasser echt richtig gut geeignet. Wie gut dann die Aufnahmen sind. Das haben wir dahingestellt. Aber jetzt so auf den ersten. Wir schauen uns die Kamera eigentlich eh gleich nochmal an. Weil was soll ich sagen? Viel mehr gibt es hier nichts zu sehen. Das System gibt es jetzt hier sonst nicht. Oh, wir haben noch einen Smart Assistant. Da haben wir einen Handschuh-Modus. Navigation Bar können wir uns hier einstellen. Wir haben allerdings keine Gesten. Emergency Rescue Screen Recorders dabei. Das ist sehr gut. Free Finger. Da haben wir für drei Finger können wir die Lautstärke regeln. Ne, wir können einen Splitscreen machen und einen Screenshot machen. Und aha. Doch, hier kann man Gesten einstellen. Das ist ja sehr mysteriös, dass sie das getrennt haben. Ich mache gerne Gestensteuerung. Ja, jetzt haben wir halt die klassischen Gesten. Das heißt, ihr rechts reinmischen. Das ist zurück. Hoch und gedrückt halten. Das ist der Task Manager. Eigentlich habe ich nichts. Doch, ja. Und einfach nur hoch ist auf dem Desktop. Schön. Meine Kamera kurz angeschmissen. Und wir müssen uns die Funktion mal kurz reinziehen. Wir haben Schönheit. Das ist einfach nur ein Beauty-Filter. Der ist blödsinn. Video-Modus, Bild-Modus, Portrait-Modus ist dabei. Das ist sehr gut. Extras haben wir hier noch einen Nacht-Modus. Wir haben einen Panorama-Modus und einen Pro-Modus. Das ist auch sehr schön. Außerdem haben wir hier noch die Taste für Weitwinkel. Und er braucht aber ganz schön lange, um auf Weitwinkel umzuschalten. Aber funktioniert, wie ihr seht. Wir bekommen jetzt mehr aufs Bild. Jetzt ist es eine echte Weitwinkel-Kamera. Und hier ist die Taste für Makro, rechts unten. Aber sehen wir, die Nahbereichsgrenze ist reich. Wir machen jetzt mal Makro an. Und da sehen wir, da schaltet eindeutig die Kamera ab. Jetzt können wir viel, viel, viel näher rangehen. Die Nahbereichsgrenze hat sich jetzt verschoben. Und jetzt können wir eine richtig krasse Nahaufnahme von meinem Messer hier machen. Man hat aber auch schon deutlich jetzt in der Vorschau gesehen, dass die Qualität sich verschlechtert hat. Schön. Ich habe mal mit der Kamera ein paar Testaufnahmen gemacht. Jetzt hier alles unter Studio-Bedingungen. Es wird später noch für den Alltagstest natürlich ein paar Außenaufnahmen geben. Und ein bisschen mehr Abwechslung. Aber so blende ich jetzt euch erst mal das erste Foto von der Franz-Kamera ein, was ich gemacht habe. Gibt noch ein Portrait-Vodus. Habe ich jetzt nicht getestet. Der ist auch nur softwareseitig. Aber das Foto selbst sieht schon mal wirklich sehr nice aus. Dann noch mal ein Foto von mir. Aber das ist jetzt mit der Hauptkamera und mit der Portrait-Funktion. Habe ich hier das Android-Männchen fotografiert. Auch mit der Portrait-Funktion. Dann hier einfach nur mein kleiner Pixel-Art-Monitor. Dann das Studio. Und nochmal das Studio mit Weitwinkel. Das Umschalten auf Weitwinkel dauert echt länger. Da muss man immer noch ein paar Sekunden warten. Ich hatte nochmal hier mein Notebook. Und das war dann das Makro-Foto von meinem kleinen Messer. Und was soll ich euch sagen, Freunde? Das YumiDigi-Bice hinterlässt auf jeden Fall einen richtig guten Eindruck. Es läuft alles ziemlich flott. Außer das Umschalten von Makro-Kamera bzw. von der Weitwinkel-Kamera auf die Hauptkamera. Das ist mit Verzögerung verbunden. Warum genau, weiß ich nicht. Wird vielleicht später noch gefixt. Aber ansonsten läuft das System sehr flüssig. Speicher, 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Festspeicher. Das ist wirklich sehr üppig. Und das reicht auch erstmal eine Weile. Zumal der Festspeicher sich zusätzlich noch erweitern lässt. Display sieht richtig gut aus. Ihr habt es ja gesehen. Das Display-Body-Verhältnis ist für ein Outdoor-Telefon richtig gut. Es ist Blickwinkelstabil dank IPS-Technologie. Und mit Full-HD-Plus kommt man auf knapp 400 ppi. Was auf jeden Fall gestochen scharf ist. Akkukapazität werden wir noch austesten. Wir müssen uns die Kamera noch genauer anschauen. Und vielleicht noch den ein oder anderen Gaming-Test dranhängen. Und natürlich erwarten euch auch noch die Benchmark-Ergebnisse dann im Alltagstest. Und wie der Alltagstest ja schon vermuten lässt, werde ich das Gerät dann auch im Alltag testen. Und euch da meine Erfahrungen mitteilen. Aber hinterlässt einen richtig guten Eindruck. Und das ist auch eines der Geräte, wo ich dann in meinem Jahresabschluss-Video schon drüber gesprochen habe. Oder noch werde. Eins der Geräte, wo ich sagen muss, das sind echt schon so Knallerangebote. Weil die Specs sind an sich schon ziemlich gut. Und dann ist es halt einfach zusätzlich. Wie so als kleines Bonbon ist es halt auch noch ein Autotelefon. Und die Kamera? Also ich habe es mir noch nicht auf dem Computer angeschaut. Aber was ich jetzt so gesehen habe auf dem Display, scheint die auch echt gut zu sein. In dem Preisbereich. Die werden da auch immer krasser. Schön. Das soll es dann gewesen sein. Es wird, wie gesagt, noch ein weiteres Video dazu geben. Solange verlinke ich euch das Humanity-Device unten in der Videobeschreibung. Bei Amazon. Ach nee, Quatsch. Bei Ebay gibt es was zu kaufen. 450 oder eben als Import bei Banggood für 125. Weil es sind die besten Angebote, die ich herausgefunden hatte. Und das soll es gewesen sein. Ach ja, im Übrigen die zweite Taste hier. Die ist nicht frei belegbar. Die ist dann mit Cello festbelegt. Also mit diesem Push-to-Talk-Dienst. Okay. Das soll es dann auch wirklich gewesen sein. Und wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Oder einen Kommentar schreiben. Fürs Ranking. Oder vielleicht, weil ihr Spaß und Freude habt. Oder eine Frage stellen möchtet. Für Support bin ich immer dankbar. Und wer das, also wer es mit dem Support auch richtig bis an die Grenzen treiben möchte, der kann unten in der ersten Seite der Videobeschreibung den Amazon-Link anklicken. Er kommt ganz normal auf Amazon raus. Wenn er was kauft, kriege ich eine kleine Provision. Ist nicht viel, aber hilft mir trotzdem. Oder ihr seid aktiv dabei. Ihr entsprengt die Grenzen des Supports mit Paypal oder Patreon. Findet alles in der Videobeschreibung. Das ist auch mein zweiter Drittkanal. Okay. Wir sehen uns auf dem nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.